Hi! Die macht es doch nur, damit sie uns manipuliert und damit wir am Ende ganz viel von ihr kaufen. Das ist doch voll klar. So macht man das doch. Das sind doch kostenlose Lounges und da kriegt man so ein bisschen was. Und im Endeffekt ist es doch nur Werbung die ganze Zeit. Ja, ich gebe dir mega recht. Ich gebe dir recht. Ich habe selber schon echt mehrere Lounges, so nennt man das, miterlebt, die so waren, dass du vor lauter verkaufen und alle irgendwie so. Ja, okay, hey, aber echt jetzt? Ich weiß, was du meinst und es tut mir mega leid, wenn du so scheiße Erfahrungen schon gemacht hast. Zu meinem Lounges, der morgen startet, zu meinem Organic Business Weekend. Warum mache ich das? Ich mache das, ich sage es ganz ehrlich, na klar mache ich das auch, damit ihr seht, wie geil meine Arbeit ist und damit vielleicht die ein oder andere Bock hat in meiner Ausbildung, Joni-Eier, Lust-Healing, whatever, ihr gerade hilft, dass ich das ihr weitergeben kann und dass ihr reingeschmeckt hat. Na klar. Ja, 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 gebe ich gerne zu. Aber, und hier ist für mich der mega entscheidende Unterschied, ich habe gerade ein so wundervolles Feedback bekommen von einer ganz, ganz lieben Freundin, die ich schon bei ihrer Geburt begleiten durfte, bei ihrer sehr lustvollen Geburt. Und sie hat gemeint, hey, Amira, dein Inhalt, das ist mir gerade nochmal klar geworden, das ist so scheiße wichtig, das ist so scheiße wichtig und das muss, das ist Politik verändern, das ist lebensverändern, das muss so krass anders groß noch in die Welt und ich spüre, dass das erst der Anfang ist. Und das spüre ich auch. Das macht mir oft richtig krass Angst, da habe ich ganz oft gar keinen Bock drauf. Ich fände es voll schön, so safe und klein zu spielen und, ähm, aber ich kriege immer wieder Arschtritt von meiner Seele, ganz klar in noch viel größer, noch viel anderser, nicht nur in dieser netten Facebook-Bubble-Blase zu sein, war ich schon. Ich hatte schon Radio-Werbungen, ich bin mit dem Kinofilm mit Orgasmic Burst dabei, ähm, also es ist, es ist krass, es ist krass, es ist krass, es passiert. Auch wenn ich oft noch das Gefühl habe, ich stehe so ein bisschen auf der Bremse. Warum? Und deswegen schießt sich so der Kreis zu diesem Weekend, dieses Weekend, da sind, es sind tausend, über tausend Frauen jetzt in der Gruppe, das heißt immer so gar nichts, äh, live dabei sind es dann 100 bis 200 oder so. Voll in Ordnung, voll schön, eine riesige Zahl trotzdem. Ähm, das heißt nicht, dass, ja, ich, es ist mir absolut klar, dass ich nicht 200 Frauen, ähm, irgendwie, ich könnte die ja gar nicht in meinen Kursen haben, ja. Das heißt, ich konzipiere meine kostenlosen Dinge so, dass es dir krass viel bringt, unabhängig davon, ob du danach weiter mit mir gehst oder nicht. Das heißt, was ihr hier bekommt an diesem Wochenende, ist so krass, ist mir gerade klar geworden, ich habe heute Nacht den ganzen Download bekommen für, für das Weekend. Und das, was ich hier gebe, ist es mir klar geworden, das ist wirklich, äh, es ist, äh, es ist wirklich ein komplettes Seminar, hallo Julian, es ist wirklich ein komplettes Seminar, weil ich will, neben dem, dass ich ein paar inspiriere, danach mit mir weiterzuarbeiten, na klar, neben dem habe ich Bock, die anderen 999 richtig, richtig geil weiterzubringen, richtig geil weiterzubringen, damit sich da draußen das alles noch viel schneller ändert. Weil ich weiß, dass das, was ich hier gebe, was ich für Tools entwickelt habe, was ich für, ach, keine Ahnung, Schlüssel aufsperren kann in dir, für Öffnungen machen kann, weil ich weiß, was es für Veränderungen damit möglich ist. Und weil es mir so sehr daran gelegen ist, dass es sich krass verändert. Und dafür bin ich hier, und dafür bin ich hier, dass ich dadurch geil Kohle kriege, ist ein sehr geiler Nebeneffekt, ein sehr geiler Nebeneffekt, der mir ein schönes Leben, mir die Leichtigkeit des Arbeitens ermöglicht, mir ermöglicht, cool zu investieren, Geld passiv für mich arbeiten zu lassen, mir ermöglicht, dass ich für meine pflegbedürftige Mama die Pflege zahlen kann, weil vom Staat so gut wie nichts kommt, ja, dass meine Tochter auf eine geile freie Schule gehen kann. Voll geil, ja, ich liebe Geld, Geld ist super geil, ich liebe es. Aber es ist ein Nebeneffekt inzwischen, es ist ein Nebeneffekt. Und ich habe Bock, ich habe Bock, diese, dieses Wochenende, ich meine, wow, es ist ein krasses Wochenende, es sind täglich zwei Sessions, es ist scheiße intensiv, es ist so, als ob du mit mir ein Wochenend-Retreat irgendein Seminar ausfahren würdest, bloß, dass es halt online ist. Aber wenn du mitgehst, und dazu gibt es einige geile Anreize, Schrägstrich-Gewinnspiel im Wert von sehr viel, 1000 Euro, ja, ich schaffe dir Anreize, damit du wirklich mitgehst, damit du wirklich, wirklich in dir die Veränderung spürst und nicht so, ach, ich gucke hier mal ein Replay, sondern richtig dabei bist, ja, so ein bisschen entweder oder. Und das Krasse dabei ist, dass du damit wirklich ein komplettes Weekend hast, ein komplettes Wochenende, wo du am Montag anders dastehen wirst, als du am Freitag reingegangen bist. Das kann ich dir garantieren. Darauf geschissen, ob das kostenlos ist, darauf geschissen, ob ich natürlich nebenbei auch davon erzähle, was ich für geile Angebote habe. Ja, aber das ist ein kleiner Teil und der große Teil ist deine Erfahrung. Es ist dein Erleben. Denn eine geilere Werbung für mich kann ich nicht machen, ja, als es dich fühlen zu lassen, es dich richtig und nicht nur mundwässrig machen, sondern es richtig die Veränderung zu erleben. Und dafür bin ich da jetzt am Wochenende. Da habe ich Bock, mit dir zu gehen. Und da, oh mein Gott, sind so viele Frauen, die das schon gerochen haben und deswegen da sind. Insofern komm, ob du am Business Anfang stehst, noch überhaupt nicht weißt oder nur spürst, hey, da ist irgendwas oder ob du schon mega dabei bist und Bock auf ein Next Level hast. Völlig egal, wenn du sagst, ich oder auch wenn du mit Business gar nichts zu tun hast, weil dein Business gerade deine Kinder sind. Hey, was für ein wichtiges Business, was für ein Seelenwirken. Egal, es geht um die Lust, um die Sexualität, um die Kraft, um die Weiblichkeit, um die Verknüpfung von all diesen Dingen. Lust und Heilung, Lust und Fülle. Du hast ja keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und es ist so groß und es ist so krass und so krass kraftvoll. Und ich merke, wie die Energie schon steigt. Ich merke, wie ich eingetunet werde von oben. Das passiert immer so die Tage und Nächte davor. Wenn sowas Großes kommt, ist es, als ob mein Energiefeld schon mal ausgestretched wird, damit ihr alle reinpasst. So fühlt es sich an. Und yes, ich bin da. Ich bin da für euch. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr einfach nur auf meine Homepage gehen, lustgeburt.de. Da findet ihr oben die Anmeldung über meinen Lustletter anmelden. Und dann kriegt ihr per Mail das alles die Zugangsdaten auch zur Facebook-Gruppe, wo es stattfindet. Da warten auch schon Geschenke auf euch. Also es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und letztes, was ich noch sagen möchte. Bitte, bitte, bitte. Ich freue mich riesig, wenn ihr das weiterleitet. Vielleicht dieses Video, wenn es dich gerade getoucht hat. Teile es einfach. Share es. Schick es lieben Frauen. Oder nutze einfach dann in der Facebook-Gruppe den Anmelde-Button. Anmelde diesen Button, wo man andere einladen kann. Oder verteile meine Homepage Schlussgeburt.de und sag, hey, da da geht was. Da geht was. Ja, ich bin dabei. Komm dazu. Weil ich möchte wirklich gerne im großen Stil Veränderungen. Ich finde es jetzt echt dran. Ich finde es echt. Es ist echt dran. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und auch wenn du keine Zeit hast, es gibt Aufzeichnungen. Du kannst dich auch schon auf die Warteliste für die nächste kostenlose Veranstaltung setzen lassen. Die wird irgendwann Anfang nächsten Jahres sein. Also es lohnt sich in alle Richtungen. Danke dir. Kommentiert fleißig das Video. Dann sehen Sie noch mehr. Und ich bin mega, mega dankbar, hier auf diese Art und Weise da sein und dienen zu dürfen. Es macht ganz schön, ganz schön viel Spaß. Liebe zu dir.